Ist Play-Ehrung Knollwins-Buttly-Grunz eigentlich noch zu stoppen? Auf Stiam wurde erstmals die 2-Millionen-Grenze von parallel ein spielspielender User geknackt. Gebrochen hat diese Marke selbstverständlich PUBG, das bisher erfolgreichste Spiel auf Stiam. B. Daniel Puschina, 13.10.2017 Garming Microsoft setzt bei seinem Mobile-Edge-Browser auf die jeweilige Standard-Browser-Engine. Microsoft Edgar Unter Android mit Chrome-Engine Unter iOS mit Safari Ono hat den Prototypen eines randlosen Sleeder-Phones präsentiert. Wirklich randlos? Steht uns ein Revival des Sleeder-Handys ins Haus? Bei iOS 11 jagt ein Update das nächste. Apple iOS 11 3 Updates innerhalb von 3 Wochen Optics AG32C 32 Zoll Monitor mit Krümmung und Full HD Optics AG32C 32 Zoll Monitor mit Krümmung und Full HD Nächste Seite E-Akut Wöchentlich erreichen uns neue Rekordzahlen von PUBG und eine Abflachung der Erfolgskurve, ist noch nicht einmal am Horizont zu finden. PUBG ist der unbestrittene Erfolgskracher auf Steham, den internationalen Magazinen und New Channels sind die Superlative schon längst ausgegangen. Nachdem letztes Wochenende bereits verdächtig an der 2-Millionen-Grenze parallel ein Spiel zockender User gekratzt wurde, war zu erwarten, dass in Kürze auch diese Marke fällt. Mit unglaublichen 2 Millionen 1530 Millionen PUBG-Spielern wurde gestern, am 12. Oktober 2017 erstmals die historische Grenze von Konkurrent-Players auf Steham geknackt. Auf dem zweiten Platz in diesem Ranking liegt abgeschlagen Dota 2 mit immerhin 816.110 gleichzeitig spielender Steham USA. Dota 2 war Anfang 2016 auch schon deutlich über der Millionengrenze. Dota 2 siegert gak Herbert Dota 3